Wir sind heute im Skyline Blaser und haben die Frankfurter gefragt, wie sie es finden, dass eine Seilbahn zwischen Frankfurt und Offenbach gebaut werden soll. Ja, also jede Erneuerung und jede touristische Entwicklung wie auch Seilbahn finde ich erstmal positiv. Bringt auf jeden Fall Belebung und ich denke, das ist ein ganz guter Weg, weiter zu arbeiten am Tourismus. Ich finde eigentlich, ich finde das mit den Brücken besser, also wie eine Seilbahn. Ich weiß nicht, für was das da gut sein sollte. Wäre das nur für Fußgänger jetzt? Ja, dann okay, das wäre okay. Das wäre okay. Das käme auch die Kosten drauf an. Wie teuer, wie teuer das käme dann. Habe ich mich jetzt eigentlich noch nicht so arg damit beschäftigt, aber es könnte ganz gut sein. Es könnte aber auch ein Reinfall werden. Vielleicht für Freizeitaktivitäten, so für Sightseeing, so nehme ich an, aber jetzt so im Großen und Ganzen kann ich jetzt da keine Antwort drauf geben. Okay, vielen Dank. Da kann ich gar nichts zu sagen. Ich bin nicht von hier. Ich bin fremd hier. Aber die Grundidee, dass eine Seilbahn von der einen Stadt zur anderen gebaut wird, wie finden Sie das? Die Idee finde ich mit Sicherheit gut, weil der Straßenverkehr entlastet wird, die Umwelt wird entlastet, kann nicht verkehrt sein. die Idee sind. Vielen Dank.